Hallo, schön dich wiederzusehen. Es freut mich, dass du dich bei schwierigeren Aufgaben zu Arten von Dreiecken behaupten möchtest. Du hast sicherlich schon alles bereitgelegt. Legen wir gleich mit der ersten Aufgabe los. Beantworte folgende Aussagen. Sind sie richtig oder falsch? Begründe deine Antworten. Drücke auf Pause und löse die Aufgabe. Danach vergleichen wir die Aussagen und begründen unsere Antworten. Hast du alle Aussagen beantworten können? Wenn ja, hervorragend. Wenn nicht, ergänzen wir die fehlenden Aussagen gemeinsam. Ein Dreieck kann mehr als zwei stumpfe Winkel haben. Diese Aussage ist falsch. Ein stumpfer Winkel ist immer größer als 90 Grad. Also hätten bereits zwei stumpfe Winkel mindestens wie viel Grad miteinander? Richtig, sie haben miteinander mehr als 180 Grad. Daher ist die Aussage falsch. Könntest du die Aussage richtigstellen, indem du ein einziges Wort korrigierst? Pausiere das Video und überlege deine Antwort. Die korrigierte Aussage würde lauten, ein Dreieck kann mehr als zwei spitze Winkel haben. Das angeführte Beispiel ist ein spitzwinkeliges Dreieck mit drei spitzen Winkeln. Ein rechtwinkeliges Dreieck hat zwei spitze Winkel. Diese Aussage ist korrekt. Weil ein rechtwinkeliges Dreieck immer einen rechten Winkel hat. Wie viel Grad hat ein rechter Winkel? Das weißt du bestimmt. Richtig, 90 Grad. Wie viel Grad haben dann die anderen beiden Winkel zusammen? Genau, die anderen beiden Winkel haben zusammen 90 Grad. Daher können die anderen beiden Winkel immer nur kleiner 90 Grad sein und somit sind sie spitzwinkelig. Ein Dreieck mit drei unterschiedlich langen Seiten ist ein gleichseitiges Dreieck. Diese Aussage ist falsch. Wie würde man ein Dreieck bezeichnen, das drei unterschiedlich lange Seiten hat? Richtig, das ist ein allgemeines Dreieck. Könntest du auch hier die Aussage richtig stellen, indem du ein einziges Wort korrigierst? Pausiere das Video und überlege deine Antwort. Die korrigierten Aussagen würden lauten Ein Dreieck mit drei gleich langen Seiten ist ein gleichseitiges Dreieck oder Ein Dreieck mit drei unterschiedlich langen Seiten ist ein allgemeines Dreieck. Die längste Seite in einem Dreieck liegt dem größten Winkel gegenüber. Diese Aussage ist korrekt. Betrachte dafür ein stumpfwinkeliges Dreieck. Hier liegt der stumpfe Winkel immer der längsten Seite gegenüber. Ein Dreieck mit zwei gleich großen Winkeln ist ein gleichschenkeliges Dreieck. Die Aussage ist ebenfalls richtig. Diese beiden Winkel heißen Basiswinkel und schließen die beiden Schenkel ein. Was bezeichnen nochmal die zwei Schenkel in einem gleichschenkeligen Dreieck? Genau, das sind die beiden gleich langen Seiten in diesem Dreieck. Es geht gleich mit der nächsten Aufgabe weiter. Skizziere ein Dreieck, das folgende Eigenschaften erfüllt. Beachte folgenden Hinweis. Für diese Aufgabe ist es ausreichend, wenn in deiner Skizze die Eigenschaften gut ersichtlich sind. Eine korrekte Konstruktion ist nicht notwendig. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Konntest du bei A ein gleichseitiges Dreieck und bei B ein rechtwinkeliges Dreieck erkennen? Vergleiche deine Skizzen mit meinen. Die Konstruktion des Dreiecks steht bei dieser Aufgabe nicht im Vordergrund. Großartig! Du hast alle Aufgaben erledigt. Du erkennst die unterschiedlichen Arten von Dreiecken und kannst sie nach deren Eigenschaften unterscheiden.